Ja, aber der hat eine riesige Reichweite, muss halt gut vorzählen, mal sehen. Und Ulti, wenn die Leute an der Wand pinnen, ist das einfach nur GG. Eventuell bin ich halt komplett unnütz. Ne, da ging ich nicht dagegen, oh Gott. Gute. Enemy team claimed the orb. Pumpkinhead ready! One shot will do it! Thunderstruck! Fuck! Die! hat irgendwie funktioniert für mich aber ich glaube die mich einfach nur ignoriert im großen teil du bist aber auch fucking stark über dich ignoriert ich weiß nicht kann sich nicht so richtig ja es wird jade ignorieren ist nur die kunstige reinballern die stunts raushauen hier 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 geht's! Nein! Fuck! Er liegt ganz schön Ulti, ne? Mhm. Mhm. The Death Vortex is incoming. One shot will do! Okay, der Rang ist zu eheglich mit dem Rechtsklick. Was ist das für ein Fight, ey? Oh nein! Null! Ich hab gar nicht hingeguckt. Das war jetzt aber! Ich hab nicht hingeguckt! Hoppala! Ja, das ist deutsch, das ist echt... Der muss mir echt drauf kommen, dass man so dutscht. Ja, weil hier ist der halt immer ne Fett. Das ist eine feste Reichweite, du kannst ja nicht kürzer machen. Nee. Entweder dodged du komplett oder halt gegen die Wand. Okay, ich hab noch ein bisschen Heilung auf meinem Seekers Mark. Mhm. Mhm. Auf die Hand. Unfall. Hä? Ja? Die Hand. Die Hand. Ich habe die Hand. Können Sie die Orbe. Oh, komm. Fuck, rein. Das hat der nicht. Lul. Mein Reign of Arrows. Ja, mein Reign of Arrows hat ihn gekillt. Alles klar. Der ist merkwürdig, aber macht einen Haufen Damage. Ja, also wirklich. Sobald er mit den Dodges klarkommt, geht das sogar. Ja, komm mit den Dodges nicht klar. Windbomb. Ne, bin ich dagegen. Alter, ich bin so gut wie tot, ne? Alles nix mit Fokus, ich bin so gut wie tot. Die im Fokus nämlich auch. Oh, du kannst es noch schaffen, natürlich. Jetzt einfach nur angegriffen. Na gut, äh, ich hab damit nix zu tun. Mit dem Sieg. Mit dem Sieg. Ja, irgendwie. Keine Ahnung. Ich hab sogar meinen... Haste. Haste. Baselbring deals increased damage and can be used by moving when Haste is active. Okay. Ja, ne? Ja, ich hab nur gewonnen. Unf notice. Okay. Whole pedir. Fortschritte. Haste ist nicht deswegen Jegают die kommen. Oh, viel silence. You're tough. Ah, mein Boomerang. Okay. Ohne Supports geht die Runde ein bisschen schneller hoch. Das ist witzig. Aber es ist noch ein bisschen knapper. Du hast ne Schneeflocke. Ja, das ist vom Event. Legendary Waffe vom Event. Aber der Boomerang den ich schieße gar nicht aus wie ne Schneeflocke. Das ist voll doof. Aber vor allen Dingen, wenn du einmal dumm erwischt wurdest, bist du ganz schnell tot ohne Support. Ja. Ja. Uff. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Es kommt. Ruh. Da. Ich gehe ich. oh fuck ich hab's falsch geteilt ich hätte noch kurz warten müssen mit dem hochgehen net net ich hab damit nichts zu tun ich hab das gefühl die rennen nur auf mich drauf und dann kannst du hochholzen wie irre das ist irgendwie fies ich hab's gemerkt das e ist richtig stark von hier ja zum kontern von allem möglichen das ist so schnell ich will irgendeinen stun machen sehe ich das nope ja ja ja